Yo Leute, was geht? Freunde, Garten auf Bahn, Bahn 3. Wir alle sind extrem gehypt darauf und heute werden wir uns mal wieder geleaktes Material davon anschauen und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben nämlich nichts zu Ende geschaut und es gibt wieder neue Videos dazu und auch neue Bosse. Das heißt, wir werden uns in diesem Video wieder die anderen Band neuen Bosse anschauen zu Garten auf Bahn, Bahn 3. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, deswegen lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr gehypt seid auf Garten auf Bahn, Bahn 3 und let's go. Okay Freunde, wir waren nämlich hier gestoppt beim letzten Part und zwar bei Ninja Noodles hieß der ungefähr und ja, da könnt ihr auf jeden Fall sehen, er versucht die Tür rauszukommen und da schnippt er einfach weg und hier geht es dann durch die Tür durch. Und hier haben wir Pause gemacht Leute, da geht es dann nämlich allerdings weiter und zwar durch diese Tür und oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus. Hier haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Kinderspielplatz und es sieht halt wirklich aus wie das Intro von Garten auf Bahn, Bahn 1, muss man sagen. Und jo, da ist eine neue Drohne. Blaue Drohne haben wir jetzt. Let's go. Was ist das? Nein, ist wieder da. Ist wieder da. Lauf, Bruder. Das geht hier voller Action wieder los, ey. Der wird ja konstant verfolgt von jedem anderen Monster und jetzt ist da noch ein Ventilator und was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Okay, Drohne hält den Knopf gedrückt und ich glaube jetzt, oh, das Teil wird gepeitscht von diesem komischen Glibberzeug und durch diese Tür geht es zu einem weiteren Boss, zu so einem lila Boss. Okay, was ist das? Hunter Tim. Warte mal kurz, hier steht er und da sieht man ihn einfach Leute, Hunter Tim und der hat irgendwie solche Augen mit so einem Kreuz drauf. Oh mein Gott, Hunter Tim jagt einen, aber ich glaube der ist blind. Ich glaube der ist blind, der kann wohl nichts sehen. Was steht hier? Hunter Tim sagt, wenn Augen blind sind, werden meine Ohren sehen. Ah, okay, natürlich, macht Sinn, Freunde. Er versucht es wie die Klicker in The Last of Us durch die Geräusche bei den Schritten zu hören, also zu sehnen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der so schwer ist, dieser Boss, aber ja, er klettert hier diese Treppe hoch und oh, das Rätsel kenne ich noch. Das war im allerersten Garten auf Bahn Bahn 1, bevor wir Opilla Bird gesehen haben, da musst du dann die verschiedenen Farben der Charaktere reintun. Also, ja gut, ein bisschen Recycling. Aber was willst du machen? Das sollte man natürlich vorher wissen. Und hier ist ein Zettel. I forgot where there is the damn key. Wo ist der verdammte Schlüssel? Vielleicht sollte ich im achten Schließfach von der großen Tür aufmachen. Okay, das ist schon mal krass. Was haben wir? Ey, die Musik, Alter, in dem Game ist richtig krass. Und wir sehen ja immer noch, wir haben diese Fernbedienung mit 1 und 2. Das haben wir. Ähm, achtes Schloss. Da, die lässt sich öffnen. Und da ist noch ein Zettel. Okay. Oh, das ist ein Rätsel. Was steht da? Wer hat das meiste Essen gegessen? Wer isst pink und rennt, ja, wer hat pinkes Fell und läuft weg? Gerechtigkeit wird siegen und eine Waffe? Und viertens, so wie Hulk, aber dümmer. Wer ist denn dümmer als der Hulk? Okay. Warte mal. Der muss doch hier sein. Da ist er. Oh Gott. Und versteck dich. Er hat's doch gehört. Er hat's gehört. Der hat's safe gehört, Leute. Oh mein Gott. Wo? Ah, mit den Herzen. Ey, das ist wie in, ähm, das ist wie in, äh, Doors. Wie in den Doors-Spiel, Freunde. Warum ist jetzt plötzlich laggy? Warum lagst du jetzt so sehr auf einmal? Oh mein Gott. Wait. Der ist ja noch größer geworden. Der ist ja noch größer geworden. Okay. Versteck dich. Jetzt muss er auch, glaube ich, dieses Überlebensspiel machen. Oh mein Gott. Okay. Der, äh, da hast du keine Chance, sich zu verstecken. Wie kommt man aus diesem Raum hier raus? Alter, das ist ja nur ein reinster Horror. Hier geht's immer weiter. Er muss das Rätsel lösen, während er ihn verfolgt. Ähm, also, äh, das ist schwer. Das ist schwer, Leute. Oh mein Gott. Oh, die Tür ist aufge... Hä? Wait. Warum ist die auf einmal auf... Oh mein Gott. Es gibt zwei von denen. Ich hab... Oh, yo. Das ist krasser als die Verfolgungsjagd gegen Ben Belina im Garten auf Band Band 2. Oh, oh. Lauf. Lauf durch die Toilette. Alter, wie groß ist diese Toilette, bitte? Hilfe. Dreh dich bloß nicht um. Lauf. Lauf einfach. Oh nein. Das ist ein Fehler, die Tür zu öffnen. Hilfe. Bruder. Droni. Pinke Droni. Lila Droni. Komm. Greif an. Oh mein Gott. Was passiert hier auf einmal? Oh, yo. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn, glaube ich. Also, ich meine, dafür, dass er blind ist, kann er sehr, sehr gut einen hören. Für den Krach, den er selbst verursacht. Oh. Drück Droni. Drück hier den Knopf. Los. Na los. Okay. Feueralarm. Oh. Ah. Okay. Also, der Alarm scheint die wohl verrückt zu machen, weil es so laut ist. Und die hören halt sehr, sehr laut. Sowieso wie Hunde wahrscheinlich. Ah. Jetzt check ich's. Oh. Der eine knallt sogar gegen die Wand. Und wer ist das schon wieder? Der blaue Elefant. Bist du Benjamin Blümchen? Benjamin. Ah. Ich kann seine Stimme nicht, Leute. Ich kann auch Mr. Krabs Stimme nicht. Wow. Hier ist ein bisschen dunkel. Mach mal das Licht an, Kollege. Alter Schwede. Das ist ein... Ist das ein Basketballraum? Ich glaube... Oh. Das ist eine Sporthalle. Hey, Leute. Was ist mit den ganzen Menschen, die hier Zettel rumwerfen? Was ist denn da los? Okay. Was haben wir? One more rep. Noch ein Korb oder so? Work harder, you man. Arbeit einfach härter. Ja, Mann. Sport ist Mord. Ich glaube, der Elefant... Ey. Wie viele Zettel liegen hier? You're almost... Du bist fast da? Wer ist denn da? Looking for a coach. Don't you? Ah. Du suchst einen Trainer. Dreh dich um. Ich... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Da ist er. Yo. Am Laufen mit Bands sind da nur ein Monster. Coach Pickles Mission. Was steht da? Was für eine Mission? Bist du bereit, etwas Spaß zu haben? Besiege den Coach in einem letzten Spiel, um seinen Preis zu erhalten. Ah, okay. Also man muss ihn besiegen in einem letzten Match. Ich verstehe. Und wie? Ah, er hat den Basketball. Der sieht aber... Ey, ganz ehrlich, der sieht schon ein bisschen süß aus. Also bis auf diese riesen XXL-Beine, muss ich sagen, ist eigentlich ganz süß. Aber wie sollst du denn spielen? Kann man denn mit dem Basketball auch werfen? Also du sammelst die Bälle auf, aber wie wirfst du sie? Wie muss man die denn werfen? Wir werden sehen. Also er stellt sich hier aufs Feld. Okay. Random. Oh, wait. Okay. Wow. Der schlägt einem die Bälle weg. Ey, das ist ein Foul. Das ist ein Foul. Nein, bloß nicht weglaufen. Oh, mein Gott. Jetzt geht... Ey, was ist das? Das auch... Ey, ist das jetzt Squid Game mit der Brücke? Rot oder blau? Also nicht rot ist nicht güne, aber die Brücke. Das sieht nämlich schon stark danach aus, Alter. Das sieht schon stark danach aus. Oh, Gott. Der ist aber ein unfairer Coach. Ein sehr, sehr unfairer Lehrer. Alter. Okay. Okay. Jetzt muss er eine Treppe hochlaufen. Ist das jetzt Brennball? Oh, das ist ein Jump and Run. Das ist so ein Parcours. Ey, ich habe das als Kind immer geliebt, aber nicht, wenn jemand... Oh, Gott. Droni. Wo kommt der denn jetzt her? Ah, die Augen. Oh, mein Gott. Okay. Junge, der hat ja keine Pause. Es geht konstant los mit diesen ganzen Monstern. Überall sind die Boss... Was ist das da oben? Ist das... Oh, yo. Er kann ein Erdbeben machen. Ey, ist das Super Mario? Das ist eine Super Mario-Referenz. Also an das erste Donkey... Donkey Kong, meine ich. Oh, Gott. Okay, spring rüber. Er wirft dich mit Bällen ab. Yo, der hat seinen Spaß. So, kletter da hoch. Beeil dich. Oh, yo, 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 yo. Vorsicht. Wo hast du die ganzen Bälle her? Oh, yo. Okay. Also man darf auf jeden Fall nicht getroffen werden von ihm. Sonst fällt man runter. Das müsste man sich denken. Das müsste man sich auf jeden Fall merken. Ei, ei, ei. Okay. Wait. Da geht es nicht hoch. Da müsste es aber hochgehen. Okay. Schafft er es? Sieht ganz gut aus. Wo ist der Ausgang? Och, nee. Jetzt macht er hier... Alter. Bruder, das ist der unfairste Sportlehrer, den ich je gesehen habe. Aber es ist ja auch Garten auf Banban. Also was willst du machen? Alter. Komm schon. Hey, der wird immer aggressiver. Come on. Das packst du schon. Das packt er schon. Komm schon. Da. Da ist der Pokal. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Champion. Na los. Hol dir die Trophäe. Ey. Okay, er hat es geschafft. Jo, was? Er hilft dir jetzt? Was? Man reitet auf ihm? Das ist ja geil. Okay, weil du sein Spiel gewonnen hast, hilft er dir jetzt. Ey, ich würde sagen, das Erste, was ich mit ihm machen würde, ist einfach raus aus dieser Fabrik. Raus aus diesem Kindergarten. Ja. Okay. Ah, man kann jetzt quasi nach links und... Oh mein Gott. Der kommt wieder. Ey, Bruder. Hast du nichts Besseres zu tun, du... Äh, du pinker, haariger? Oh mein Gott. Da. Der Große kommt auch. Man hat hier wirklich keine Pause von der Action. Jetzt springt er. Okay, ich wusste gar nicht, dass Elefanten so weit springen können. Aber ey, das ist Garten of Bamba. Okay. Er läuft weiter. Aber er wird immer noch verfolgt. It's Sleeping Hour. Oh mein Gott. Yo. Leute, die Tür da hinten. Das führt zu diesem ultra krassen Monster, was wir in Garten of Bamba 2 auch gesehen haben. Oh mein Gott. Yo. Okay. Okay. Bye, bye, Kollege. Yo, jetzt geht er durch diese Tür von diesem Ultra-Boss. Oh mein Gott. Yo, wir sind wieder in der Schulklasse. Und da sind Betten. Was steht da? Solfius. Diese weiße Riesen-Kreatur in dem Spiel, wie wir sie auch in Garten of Bamba 2 gesehen haben. Sei ruhig. Niemand mag es, wenn jemand laut im Raum ist, wenn man schläft. Okay, also er muss einfach nur leise sein, weil die Kinder, die schlafen gerade. Da ist schon wieder so ein Nebner-Lina-Raum. Äh, Nebner-Lina wollte ich gerade sagen. Slow, Slow Selene. Die Schlange. Ja, die Schlange, die Schnecke. Man muss hier langsam sich bewegen und irgendwas aufsammeln. Okay. Alles klar. Hm. Okay. Da ist ein Zettel. Steht da irgendwas auf diesen Zetteln? Wie viele Zettel braucht man denn? Ich glaube wahrscheinlich, das ist jetzt der dritte Zettel. Ah, warte, was steht da? Write down your dreams. Ah, schreib deine Träume aufs Papier und tu sie unter das Kissen. Ja, aber manche Kinder haben das halt nicht gemacht. Und ich glaube, wir müssen die ganzen Träume aufsammeln, damit wir Zugang zum nächsten Raum bekommen. Ey, yo, das ist ja riesig. Wir sind immer noch im Solfius-Raum. Yo, hier ist ein Computerraum. Warum ist da ein Glas? Warum brauchen wir das Glas? Müssen wir da irgendwie die Träume raufschreiben oder reintun? Okay, jetzt geht es wohl. Was ist das? Das ist ein Stuhlkreis. Was steht da? Ja, platziere die in die Flasche eingetüteten Flaschen der Träume in diesen, in die, in die Pflanzentopf. Und tu es runter. Okay. Äh, hab noch nie gehört, dass man das machen muss. Alter. Das ist XXL-Slow-Selene, oder? Warning. The Nibbler. Was? Oh Gott. Alter, das sieht ja voll cool aus. Boah, die Musik. Das ist die Bamba-Musik. Yo, das ist schön. Feier ich sehr. Aber es gibt eine Schleichentat. Was? Alter, das sieht voll geil aus. Mal Real Talk. Mit diesem Neon. Ey, ich würde sowas feiern, ey. Man hat ja Neon-RGB lieber links und rechts, aber auf dem Boden. Hm, hab ich noch nicht so viel gesehen. Das ist cool. Okay, man soll sich jetzt fürs Bett fertig machen. Nimm ein Kissen, nimm eine Decke, zieh Pyjamas an und versuch nicht, vergiss nicht, deine Schlafmaske anzuziehen. Ey, ich meine, natürlich, Schlafmaske und Nibbler. Ah, Nibbler heißt er. Was? 50 Sekunden? Was passiert da noch? Ah, man hat nur so viel Zeit, ins Bett zu gehen. Was? Das waren 16 Sekunden. Das kann nicht sein. Das kann nicht, niemals 16 Sekunden gewesen sein. Okay, Pyjama liegen da. Bruder, du hast nicht mehr viel Zeit. Die Zeit geht schneller. Als, äh, sie wirklich ist. Das ist, wo ist das? Wo ist die Decke? Wo ist die Decke? Nein. Hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Oder er schläft gerade ein. Was passiert gerade? Yo, wird der gerade mitgenommen? Was? Der wurde runtergeworfen. Wait. Wo ist er gerade? Oh mein Gott. Der Nibbler kommt, ich holen. Oh Gott. Aber ich dachte, es ist, was, warum sind hier Bowling Pins? What? Okay. Oh. Alter, das ist wie so ein Bossfight in Hogwarts Legacy gerade. So eine richtige Arena. Hier hast du viele Drohnen. Und von denen wird er wohl angelockt. Und man muss, denke ich, mal die Decke zum Einsturz bringen. Und das kriegt man hin, wenn man alle Säulen zerstört. Okay. Was sind diese, was sind diese schwarzen Säcke? Sind das irgendwie Müllsäcke oder Windeln? Oder was ist das? Aber wir haben auf jeden Fall einige Drohnen. Und da sind sogar ein paar Basketbälle. Die haben sich da auch irgendwie reingeschmuggelt dort. Okay. Es sind nicht mehr viele übrig, Leute. Und die Musik, die übersteuert. Ah, ist das krank. So, zack. Let's go. Nice. Dann haben wir hier noch ein paar Freunde. Come on. Oh Gott. Oi, oi, oi. Okay. Er hat nicht mehr viel übrig. Es ist nicht mehr viel zu tun. Oh. Yo. Was? Wo kommst du denn auf einmal her? Jetzt hilf dir ihm einfach. Ey. Ist das ein XXL-Boss-Kampf? Yo. Alter, das ist WWE. Und jetzt Smackdown, Alter. Bam. Das ist so episch. Das sieht so geisteskrank aus, Freunde. Alter. Das sieht schon ziemlich heftig aus. Okay. Okay. Und zack. Yes. Und jetzt macht ihr die nächste Säule kaputt. Wie viele Säulen gibt es denn eigentlich? Das muss die letzte sein. Okay. So. Und hier auch. Ja, das Schema kennt man schon. Und dann stürzt die Decke ein. Oder? Die Decke müsste jetzt einstürzen. Yo. 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 Und er ist in den Boot geflogen. Und er hat ihm geholfen. Dankeschön, Mr. Elefant. Ich habe nicht mehr deinen Namen im Kopf, aber die Decke stürzt ein. Man muss hier schnell raus. Wow. Alter. Wo bin er? Wo ist er? Wo bin ich? Wo ist er? Yo. Man ist jetzt im Untergrund. Wir haben aber von dem Bällebecken noch nichts gesehen. Das wurde ja uns angeteasert. Oh nein. Mr. Elefant. Der Coach. Er ist down. Okay. Nee, doch nicht. Lebt er noch? Ja, der ist unzerstörbar. Oh, warte. Irgendwas ist kaputt. Okay. Er reitet immer noch auf ihn weiter. Okay. Aber das hat er auch ohne geschafft, oder? Da rauszukommen. Alt. Wait. Warte mal kurz. Stürzt das hier auch ein? Ey. Das ist ja... Das ist ja krass. Okay. Jetzt führt er uns raus. Endlich geht es nach oben. Endlich. Endlich geht es mal nach oben, Leute. Sag ich doch. Wer lächelt da? Ey, Mann. Wo ist er? Hä? Wo? Yo, das erinnert mich jetzt viel mehr an den zweiten... Warte mal. Was ist das? Wow. Das ist noch ein Gym. Und irgendeine andere Kreatur. Und zwar so eine Art Gottesanbeterin. Wasch dein Gesicht jeden Morgen. Und du wirst so schön sein wie ich. Ja, gut, dass ich das ständig vergesse. Ey, das ist ein Mini-Fitnesscenter im Kindergarten. Natürlich. Mit Klavier. Natürlich mit Klavier. Nicht vergessen. Mit Klavier. Jetzt hat man mal ein bisschen Entspannung von den ganzen Monstern, Freunde. Man hat ja gefühlt zehn Bosskämpfe im Stück gehabt. Aber was? Warum höre ich Bossmusik gerade? Oh, jetzt ist es ruhig. Cool. Drückst du den Knopf? Warum gehen die Lichter aus? Ey, wir haben wieder eine neue Drohne bekommen, Freunde. So, ich will einfach nur Fitnesscenter. Ich will einfach nur ein bisschen... Genau. Einfach nur ein bisschen Sport machen. So. Wer lächelt da? Wer war das? Drohne, mach mal Licht. Mach mal Licht. Oh Gott. Drohne ist kaputt. Hallo? Wer ist da? Oh mein Gott. Wer bist du? Oh, was? Gedächtnisprüfung? Was? Okay, okay. Ah, das ist ein cooles Minigame. Das ist ein sehr cooles Minispiel. Hä? Hä? Warte mal. Ja. Okay. Was? Okay. Alter, das ist... Das ist ein geiles Minigame. Endlich mal ein Minigame. Nicht ständig diese Bosskämpfe, aber das ist auch teilweise ein Bosskampf, glaube ich. Warte mal. Von hier musst du springen. Aber man kann in den Garten auf Banban nicht springen. Man kann nicht springen. Ist das neu? Jetzt kann man also in dem Spiel doch springen. Okay. Schafft. Faster, schneller. Wie denn? Warte, ich würde es einfach direkt... Das ist doch viel längerer Sprung als der von dort nach da. Nein. Oh Gott. Wohin? Wohin? Einfach spring doch direkt straight. Nach vorne. Warum denn? Warum denn Diagonal? Wait. Schafft er den Sprung? Nein. Was machst du denn wieder hier? Ey, den kann ich die ganze Zeit nur... Ey, der hilft einem quasi... Der carriert einen das ganze Spiel über. Der carriert dich durch. Ey, yo. Der carriert einen das gesamte Spiel nur noch durch. Oh mein Gott. Ey, ich finde diese... 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 Diese Charakter finde ich super gruselig. Von der Optik her extrem gruselig. Aber eigentlich muss man ja gar nichts machen. Ah, doch. Man muss die Drohne aktivieren, um abzulenken. Und jetzt geht sie wieder nach oben. Okay. Okay. Okay, okay, Leute. Let's go. Come on. Alter, ist die gruselig. Vor allem, wie das Gesicht am Zittern ist bei ihr. Oh mein Gott. Nein. Drohne. Drohne. Yo, wie lang ist dieser Gang? Der hört nicht mehr auf. Ey, ich habe mehr Angst. Oh mein Gott. Okay, Leute. Oh mein Gott. Leute, ihr habt es wahrscheinlich alles gesehen. Das Ganze ist natürlich wieder eine Fortsetzung von den Bossen aus dem Kanal Buggy Hagi. Und das Ganze ist natürlich ein Konzept-Trailer. Aber deswegen, Leute, würde ich sagen, natürlich checkt ihn unbedingt aus. Er lädt jeden Tag gefühlt hoch. Alter, wie lange es hier weitergeht, weiß ich nicht. Aber wir haben noch einen neuen Trailer. Und zwar offiziellen Trailer. Kam heute brandfrisch raus von einer Stunde, Freunde. Und zwar der offizielle Garten auf Bahnbahn 3 Trailer. Und wie viel davon wirklich drin sein wird in dem Spiel. Das werden wir mal erfahren. Denn hier haben wir es, Leute, von 29 Minuten Garten auf Bahnbahn 3 offizieller Trailer. Oh mein Gott. Ich bin richtig ready. Und let's go, Leute. By the way, habt ihr schon ein Like und ein Abo dagelassen? Falls nicht, dann macht es mal gerne. Yo, da ist der Tintenfisch und da war dieses Riesenteil. Ah, yo. Das ist Nap Nap. Und der ist einsam. Und Leute, das hier ist Realtalk. Das ist jetzt real. Das ist alles real. Hier haben wir Banban. Warum ist die Grafik so weird? Also, wir haben so einen komischen... Was? Wir spielen den Tintenfisch? Oder... Ich check gar nichts. Ich check grad gar nichts. Wir spielen einen der Monster? Wait. Was? Aber das ist das gleiche Spiel wie in Banban 2. Das Piraten-Kanonenspiel. Ribbit. Ah, Sheriff Toadster. Der ist drin. Der ist drin. Dann haben wir hier solche Gänge. Hier müssten wir Farben zusammenmischen. Und... Oh, das ist... Das ist gruselig. Das ist gruselig. Die haben so einen krassen Filter drüber gelegt. Seht ihr das mit diesen, äh... Scanlines? Das sieht so richtig, äh... VHS-Kassetten-mäßig aus, ein bisschen. Hier ist es scharf. Slow Selene haben wir auch. Aber warum sind die alle auf dem Boden gezeichnet? Banban! Wait, wait. Moment. Habt ihr den gesehen? Das ist nicht der normale Banban. Warte. Wir schauen mal, Alter. Da. Oh mein Gott. Guckt euch mal an. Leute, das ist der Psycho-Banban. Und das ist hier wirklich... Ich zeig's euch mal. Leute, das ist von Euphoric Brothers. Die Entwickler des Spiels. Alter, guckt euch mal sein Gesicht an. Der hat hier gar keine Pupillen in den Augen. Und der ist durchgedreht. Der ist... Und wir reiten auf Opilla-Birds? Was? Wait. Seht ihr das? Hier. Der hier hat eine Hose an. Warum? Die war vorher nicht da. Da haben wir natürlich den... Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Aber... Da ist eine neue Kreatur. Da ist eine neue Kreatur, Leute. Und zwar ein Kangaroo. Und zwar mit kleinen Kangaroo-Babys drinne. Und einer Krone. Das ist ein neuer Charakter, der uns jetzt vorgestellt wird. Und links und rechts haben wir natürlich Nap-Naps. Und rechts ist eine Nap-Nelina. Die ist real. Die wurde nämlich geleakt, Leute. Nap-Nelina mit der Schleife ist anders als dieser Nap-Nap. Das ist tatsächlich real. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre nicht... Wer ist das? What? Wie riesig ist der denn? Wie riesig ist der Tintenfisch denn? Oh mein Gott. Garten auf Bahnbahn 3. Let's go, Freunde. Yo, und wir haben neue Screenshots auf der Steam-Webseite. Man weiß noch nicht, wann es rauskommt. Aber weil wir schon den Trailer haben, kann es sein, dass es tatsächlich im Mai rauskommt. Ich hoffe, dass ich da aber nicht in New York bin in der Zeit. Also wir haben hier die Screenshots. Da sind Nap-Nelina und Nap-Nap. Da haben wir natürlich das Kanonenspiel. Und hier spielen wir, glaube ich, irgendwie... Ich weiß nicht, ob das der Tintenfisch ist, aber die Klauen sehen eher aus wie Nap-Nap. Das hier... Ich check's gar nicht, was das hier ist, wenn der Tintenfisch so riesig ist. Was ist das denn für ein Teil? Wir sind am Strand. Hier haben wir so einen Becher. Wahrscheinlich ist der Becher auch ein Charakter. Hier ist das Gefängnis, wo wir sind. Und hier ist irgendwie so ein botanischer Garten. Und das hier ist auch noch ein Bereich... Hier können wir die Drohne wieder anpassen. Das heißt, das haben wir auch drinne. Hier liegt ein Zettel. Da sind so ein Lautsprecher. Dann haben wir diesen Horror-Bereich, Freunde. Ich weiß nicht, ob es ein Jump-and-Run-Parcours ist. Und wir haben das hier. Also, nicht so extrem viel aussagende Screenshots. Also, der krasseste, würde ich sagen, ist der hier. Also, ich weiß nicht, was da abgeht. Aber, Leute, seid ihr extrem gehypt auf Garten auf Bahn, Bahn 3? Ich auf jeden Fall. Und, Leute, damit, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn Garten auf Bahn, Bahn 3 rauskommt. Und, ja, zu dem Spiel... Vielleicht kommt auch noch ein bisschen Mass. Also, Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr vielleicht noch mehr von diesen Videos sehen wollt. Und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eidies, raushaut rein und ciao.